So, wir gehen jetzt mal rein in die Sache, denn wir haben jetzt Becks mit Oh Maria. Komm, mach mal ein bisschen lauter das Ding. Oh, nice, Alter. Oh, Maria. Deine Beine sind so braun wie Schokolade. Oh, Maria. Oh, wundervoll. Ich mag das. Sie hat dieses chillige auch noch. Mann, schöner Einstieg. Oh, Maria. Deine Augen, die sind rot. Oh, Maria. Warum brauchst du den denn ohne mich tot? Oh, Maria. Lauf nicht weg. Ich habe gute neue Ware. Oh, Maria. Oh, Maria. Deine Beine, die sind braun wie Schokolade. Deine Brüste, meine Berge. Hab mich richtig krass verliebt. Trage Jogginghose. Aber du willst mich mit Röhrenjeans. Kannst vergessen, dass ich... Oh, trage Jogginghose. Doch du würdest mich sogar mit Röhrenjeans. Ey, wow. Wow. Nice, Alter. Das ist schön, Mann. Ich liebe solche Zeilen. Sowas jemals an den Beinen trage. Außer du willst mich bezahlen und gibst richtig gute Gage. Du bist alles, was ich brauche und du bist das, was ich rauche. Wenn ich etwas nicht vertrage, ist es von dir eine Pause. Bleibe stets an deiner Seite wie mein Schuh und seine Schleife. Aber geh zu meinem Bierbauch, Baby. Streiten wir uns beide. Geh zur... Geiler, dann geh zu meinem Bierbauch, dann streiten wir uns beide. Ich fühl die Zeile, Mann. Ich fühl die. Seite, wenn ich wieder ein Problem mit einem Atzen hab. Wir geben uns paar Klatschen, Mann. So läuft es bei meinen Atzen ab. Fahre mit dem Zug bis Bremer Hauptbahnhof. Hatte ich die Mutter deiner Freunde. Ist der Sohnemann ein Hurensohn. Ich will um die Welt. Sammle, fand mir fehlt das Geld. Werde niemanden vergessen. Liebe geht raus in die Welt. Merhaba. Nur Liebe. So geil. Auch diese Beat Breaks, ne? Liebe dafür, Mann. Richtig geil. Nur mit Türken, jeden Tag. Oh Maria, deine Augen, die sind rot. Oh Maria, warum rauchst du denen denn ohne mich tot? Oh Maria, lauf nicht weg. Ich habe gute neue Ware. Oh Maria, deine Beine, die sind braun wie Schokolade. Oh Maria, deine Augen, die sind rot. Oh Maria, warum rauchst du denen denn ohne mich tot? Oh Maria, lauf nicht weg. Ich habe gute neue Ware. Oh Maria, deine Beine, die sind braun wie Schokolade. Das war jetzt die Hook, ne? Das habe ich ja, am Anfang habe ich gedacht, das wäre eigentlich so ein Part noch, aber geile Hook, Mann. Die bleibt direkt im Kopf, dieses Oh Maria. Und nein, er meint wahrscheinlich nicht Maria Krohn. Aber krass, dass derjenige hier noch im Chat schreibt und sagt hier Maria Krohn, ja? Maria Krohn ist natürlich auch richtig ehrenlos. Boah, diese, diese, nice, Alter. Ich mag einfach diesen geilen Vibe noch dabei und aber noch diese Breaks, ja? Diese Beat Breaks, die machen noch wirklich was aus, ja? Das weiß Caprimo, ja? Der ist ja Produzent, der kennt sich da auch mit der Sache aus. Also wirklich, geil. Ich schieb mir Steaks in den Magen und heb den Mittelfinger hoch. Wenn unsere Nachbarn was sagen, setz Köder für Plagen. Hab nichts zu erwarten. Roll wie Rollbraten. Oh Maria, Prinzessin, ich habe dir noch so viel zu sagen. Wenn der Beat wieder ballert, dann baller ich dich auch gleich mit. Ich hab du re... Oh, wenn der Beat gerade ballert, ja, dann baller ich dich gleich mit. Oh, die war super. Ich hab dir noch so viel zu sagen. Wenn der Beat wieder ballert, dann baller ich dich. Also warte mal, wenn der Beat wieder ballert. Oh Maria, Prinzessin, ich hab dir noch so viel zu sagen. Wenn der Beat wieder ballert, dann baller ich dich auch gleich mit. Ich hab du rett an meiner Hand und fass dir einfach in den Schritt, was sind Kondome. Ich mach ohne, ich hab Hunger, gib Melone. Aber rede nicht von Jeremy, das juckt mich nicht die Bohne. Es Bananat, Acabana, kein Mercedes, hab nur Fahrrad. Baue Tüten, groß wie Tauer, nur mit Tabak, Ringo Sauer. Ich will raus aus dieser... Ich hab kein Mercedes, ich hab nur Fahrrad, ey. Alter, die ist so eine geile Zeit. ...armut und am besten noch mit dir. Aber wenn du das nicht möchtest, leben wir auch von Hartz IV. Oh! Oh Maria, deine Augen, die sind rot. Oh Maria, warum raust du den denn ohne mich tot? Oh Maria, lauf nicht weg, ich habe gute neue Ware. Oh Maria, deine Beine, die sind braun wie Schokolade. Oh Maria! Oh Maria, deine Augen, die sind rot. Oh Maria, warum raust du den denn ohne mich tot? Oh Maria, lauf nicht weg, ich habe gute neue Ware. Oh Maria, deine Beine, die sind braun wie Schokolade. Braun wie Schokolade. Wow, Scratch ist auch noch. Braun wie Schokolade. Braun wie Schokolade. Braun wie Schokolade. Ey, wirklich geiler Track. Sorry, ich musste da echt öfter mal stoppen, aber es ist einfach geil. Wow, wow, wow. Tenna sagt hier, kannst du mich vorschieben? Ähm, ja, welchen Song meinst du denn? Meinst du, ähm, ich muss gerade mal schauen. Tenna, haben wir einmal Freizeitpark oder schmutzige Wahrheit? Da müssen wir mal Bescheid geben hier. Mix auch nice. Ja, ey, Mix ist schön. Ich finde, das Video ist schön gemacht. Ey, wirklich, der Beat ist sehr nice. Also, ey, ist ein toller Einstieg, würde ich sagen. Ja, also wir haben da schon mal einen echt tollen Einstieg damit gehabt. Ja, Mann. Oh Maria, ey, bleibt doch im Kopf. Ja, und das war jetzt nicht Santana, ja, dieses. Das ist, äh, Maria, Maria, West Side Story und sowas, ne? Da, 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 da. Ey, Leute, das Dingern hat, guck mal, wie wenig Aufmerksamkeit das Dingern hat, ne? Das finde ich so schade, ne? Deswegen, Leute, wir müssen da mal ein bisschen mehr Liebe zeigen hier, ne? Da auf jeden Fall einen schönen Like, ne? Natürlich auch ein Abo. Und wenn es euch auch gefallen hat, ja, gerne mal auch hier ein Abo dalassen. Und gerne mal drunter kommentieren. Und, ähm, ja. Das wäre schön. So, wir schreiben auf jeden Fall auch was rein hier, ne? So, ich glaub, ich mach mal ohne Hashtag, weil wenn ich immer Hashtag reinmache, dann, äh, macht mir da YouTube ein bisschen Strich um durch die Rechnung. Und, äh, macht da meistens dann so, dass, äh, meine Kommentare manchmal nicht gesehen werden. Was ich sehr, sehr schade finde. So, Leute, aber haut mal gerne mal euer Kommentar hier rein. Weil das war wirklich ein sehr, sehr feines Musikstück, ja? Wirklich. Becks. Hast du auf jeden Fall gut gemacht, ne? Und, äh, nices, was war es hier? Nice Tonqualität auch gerade, ne? Gab's ja nochmal hier schöne Props. War das jetzt, äh, wegen meiner Tonqualität? Oder war es jetzt wegen mit nem Video gerade? Das musst du natürlich dann richtig sagen, ne? So, Mann. Hast du den Song von Tariq und, äh, Senshi? Nein, Knast-Reportage. Hab ich noch nicht. Ähm. Wir machen jetzt auf jeden Fall dann, äh, schmutzige Wahrheit. Schon mal ein bisschen weiter nach vorne. Also, wie gesagt, ich hab hier alles durch ein bisschen durcheinander gewürfelt, ja? Damit ihr Bescheid wisst. Ähm. Ich geb euch auch mal den Link zu diesem wundervollen Stück. Dann könnt ihr natürlich auch mal ein bisschen was dazu schreiben. Hier ist der Link, ja? Zu Oma Ria, ja? Super, super, super nice. Und, ey, hätt's mir nicht gefallen, hätte ich dir das auch gesagt, Becks. Ne? Du weißt. Da gab's schon mal andere Sachen, ne? So, von den Reimen her zum Beispiel, ne? Da wollte ich jetzt auch nicht so viel meckern. Aber das war trotzdem, war trotzdem nice, weil du hast nicht nur, äh, einselbige Reime gehabt, sondern du hast es gemixt. Ja? Du hast auch Doppelreime gehabt. Und dann hast du aber auch mal einselbige Reime gehabt. Aber die haben mich so zum Schmunzeln gebracht. Das ist einfach super gepasst. Auch vom Flow her und alles, ja? Da bin ich jetzt auch nicht mehr so hinterher wie vorher, ja? Man muss sich auch natürlich selber weiterentwickeln. Ist ja klar, ne? Oder mach erstmal Freizeitpark. Freizeitpark. Okay, wir können auch gerne erstmal Freizeitpark machen. Ich guck mal, wo das ist. Da ist es. Das ist ja mit Video, ne? Freizeitpark ist mit Video und das andere war ja, äh, mit Lackmann und das war ohne Video. Wie ich gesehen hab. So. Aber Leute, geht mal gerne auf den Link, ja? Und genau, schreibt auch mal den Produzenten in die Beschreibung. Das ist sehr, sehr wichtig, ne? Außer man, wenn man es selber produziert hat, kann man es natürlich auch in die Videobeschreibung reinballern, ne? Aber hier DJ Living Pool und Bisti Television. Ich glaub, das war derjenige, der das Video gemacht hat. Ähm, Bex natürlich. Und DJ Living Pool, ja? Auf jeden Fall sehr, sehr schön. Ja? Das war echt ein toller, toller Song. Toller Einstieg, würde ich auch sagen, ja? Schon kommentiert. So muss das sein. Guck mal, soll ich mal kurz, äh, nachschauen, ja? Soll ich nachschauen? Und gucken, ob es wirklich so ist? Leute, wenn ihr zum Beispiel jetzt nicht so lange da, äh, dran seid, ne? Also wenn ihr noch nicht dran seid. Und wenn ihr zum Beispiel in Eile seid, ja? Dann schreibt mir doch gerne mal hier im Chat. Dann, äh, kann ich das natürlich, äh, so machen, äh, dass dann auch die Leute, die dann zum Beispiel jetzt halt nicht so viel Zeit heute haben, aber möchten, dass, äh, dass ich die abchecke und dass die halt noch mit dabei sein können. Äh, das ist natürlich auch eine schöne Sache für mich, weil ich möchte euch live dabei haben, ne? Damit ich, äh, auch dazu was sagen kann. Und ihr könnt dann natürlich auch Feedback mir gegenüber halt auch da lassen. Deswegen sagt mir einfach Bescheid. Wenn ihr nicht so viel Zeit habt heute, dann, äh, werde ich euch mal ein bisschen weiter nach oben schieben. So, dass wir dann halt die Sache schon vorher abchecken können, ja? Sagt es einfach mal. Hier, Bruder, Reno muss gleich zur Nachtschicht. So, da muss ich jetzt mal gucken. Das war jetzt Armour und Reno. Ähm, muss noch schauen, welcher, welcher Song das war. Da, hier war das doch. Air Force. Genau. Dann können wir das auf jeden Fall auch schon mal, äh, nach vorne tun. Aber dann würde ich mal sagen, wir hauen dann natürlich erst mal dann den Tenner, dann Amo, Reno, ja? Und dann immer so weiter. Dann haben wir noch den AK oder AK. Ich schaue, du hast es mir noch nicht gesagt, ja? Auf jeden Fall Checkbacks, ja? Das war jetzt nämlich das, was wir abgecheckt haben gerade. Und das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Und hier ist nochmal der Link halt nochmal zu Backs, ja? Ja, so, ich werde jetzt auch nochmal kurz refreshen, ja? Wir refreshen das ganze Ding und gucken, was passiert ist. Wir hatten gerade, ne? Oh, guck mal, guck mal, was passiert ist, Leute. Guckt doch mal, was passiert ist. Wir hatten gerade eben 19, ja? Ja, wir haben was bewirkt. Leute, seht ihr, was ich meine? Jetzt sind es 24, ja? Ja, okay, ne? Das ist doch schon mal ein Anfang. Das ist doch schon mal nice, ne? Geile Sache. Leute, und hier auch, ne? Es wurde mehr Kommentare reingeballert. Leute, ihr seid Hammer. Wirklich. Dankeschön, ja? Hier, und so müssen wir weitermachen. Genau so muss es weitergehen, ja? Damit wir hier, ne, kommentieren, liken, ne? Wenn es euch wirklich gefällt, dann lasst doch mal Liebe da, ne? Das wäre auf jeden Fall eine schöne Sache. Leute, das ist doch geil, ne? Da refresht man und dann sieht man dann direkt, äh, dass es auch noch Früchte getragen hat. Guckt mal, jetzt ist wieder ein Like mehr dazugekommen, ne? Leute, ihr seid der Hammer. Dankeschön. Das ist, das ist wundervoll. Genau so, so will ich es sehen, ja? So muss es sein. Damit können wir den Künstlern auch helfen, ja? Und so können wir uns gegenseitig auch pushen, ja? Das ist geil. So muss es sein. So muss es laufen, Leute, ja? So, dann haben wir jetzt auf jeden Fall schon mal den Backs abgecheckt. Dann gehen wir direkt zum nächsten. Da bin ich jetzt auch mal gespannt. Hier ist nochmal der Link, ne? Damit ihr Bescheid wisst, die jetzt neu dazugekommen sind. Hier ist der Link nochmal zu dem Song, den wir gerade abgecheckt haben. Nämlich von Backs, ja? Oh, Maria. So, vor allem nicht nur liken, auch kommentieren, Leute. Ganz wichtig. Genau so sieht es aus, ja? Auch kommentieren, weil alles ist wichtig, ne? Alles ist, äh, ne ganz wichtige Sache, so. Dass man auch beides irgendwie macht, so. Und mach erst mal Reno und danach Milch. Okay, guck mal. Penner, richtige Ehre auch hier, ne? Der sagt einfach, komm, weil er auch hier gönnt. Weil er sagt, guck mal, der muss, äh, der Reno muss zur Nachtschicht, ne? Oder, ja doch, zur Nachtschicht. Und deswegen, äh, gönnt er auch direkt und sagt, jo, dann check doch erstmal ihn ab. Das ist Liebe. Das ist geil, ja? Das ist doch super, ne? Ey, Tenner, das ist, ne? Ehre an dich. Cool auf jeden Fall. Genau so. Das ist nämlich, äh, genau dieses, äh, Wordplay, was wir brauchen, ja? Ja, das ist genau dieses Mindset, was wir brauchen. Korrekte Leute, die auch sich gegenseitig auch ein bisschen den Ball zuspielen, ja? Das ist doch Hip-Hop. Das ist geil. Das ist genau die Sache, die wir verkörpern wollen. Das sind doch die Sachen, die wir doch wirklich auch sehen möchten, ja? So. Und, ähm, so muss auch die ganze Sache zelebriert werden, Leute. Ja, Mann. Macht Diggi. Er muss auf Nachtschicht. Jetzt muss ich aber ganz schnell hier. Hahaha.